Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Teil 4. Wir haben ihn angedroht. Es ist der 24.12., 18 Uhr. Wir haben alles eingehalten. Wir begrüßen euch. Servus Roland Thüringer. Servus Bernhard Ecker. Zum Corona-Spezial wieder einmal, gell? Ja, wenn man es so nennen will, ja. Es ist ja ganz spannend, weil wir haben, ich habe mir heute nochmal den September angeschaut, wir haben ja schon im September geglaubt, wir halten quasi eine Rückschau. Ja, ja, das war so geplant, weil wir im März, wie es ganz akut und frisch war, haben wir uns gemacht. Dann vier Wochen später, glaube ich, haben wir uns gemacht. Ja, so was am Höhepunkt war. Und dann haben wir gesagt, naja, dann im Sommer wird es vorbei sein und dann macht man doch im Herbst praktisch eine Rückschau, was so war. Genau. Ja, und so war es ein bisschen gedacht. Ja. Wobei, so ein bisschen hat man schon gespürt, das wird es vielleicht noch nicht gewesen sein. Es hat sich damals schon leicht angedeutet. Ja, ja, also es war ja schon irgendwie eh klar, dass das so nicht enden kann mit Austrepfeln, weil wenn man sich so weit in eine Arschgasse reinmanövriert hat, dann muss man irgendwie rauskommen, muss man einen Fluchtplan haben und kann das nicht so austrepfeln lassen. Das war uns eh klar. Ja, 22. September war ja der Teil drei. Und es ist eigentlich gerade ein guter Zeitpunkt, nach drei Teilen jetzt einmal ein kleines Danke auszusprechen an euch, liebe Leute. Also das Interesse an dieser Reihe und im Speziellen auch eben an den Gesprächen mit Roland ist wirklich unglaublich groß. Vielen Dank dafür. Ich möchte auch kurz noch erwähnen, dass es jetzt seit kurzem auf dem Podcast, auf dem Live-Show-Podcast von Auf dem Roten Stuhl ein Gespräch von uns gibt aus dem Stadtsaal Wien, aus dem wunderschönen Stadtsaal Wien. Da haben wir vor Live-Publikum ein Gespräch geführt. Ja. Und das gibt es jetzt auch nachzuhören. Nur kurz einmal nebenbei erwähnt. Da geht es aber nicht um Corona in dem Sinne. Nein, genau. Da ist es um deine Karriere gegangen. Hinter Holz 8, die großen Veränderungen des Lebens und so weiter. Aber wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Ja. Darf ich gleich was? Bist du mit deiner Anmoderation jetzt? Ja, ich bin mit du. Was mir vielleicht am Herzen liegt, zwei Dinge zu den vielen Leuten, die sich das jetzt angeschaut haben. Ja. Das eine ist, es haben ein paar in die Kommentare geschrieben, ja, das ist ein witziges Gespräch, der hat eine Stunde, und es weiß ich, wie oft Werbung dazwischen. Jetzt haben wir gesagt, pass auf, dann machen wir es diesmal so, lassen wir die Werbung weg. Ja. Es wäre halt nur nicht, wenn man das wertschätzt, was wir da machen, weil es ist ja unsere Zeit, vor allem deine, der ja auch so aufhören, dass die, denen das gefällt und die das auch wertschätzen, was wir da machen, denen das vielleicht was bringt, ja, es gibt ein Spendenkonto, das wird sie einblenden, und dann kann man das Spendenkonto. Genau, das kann man gerne unten im Videotext einblenden. Weil das ist schon momentan so, dass es, das ist eigentlich, dieses System YouTube ist ja eigentlich Gratis-Content, ja, das heißt, es sind viele Leute Geld drauf, das ihr Gesicht dort präsentieren, oder ihre Botschaften, was auch immer, und die, die wirklich davon profitieren, sind die, denen die Plattform dann letztendlich gehört, die kriegen eigentlich Gratis an Content, und darum kommt immer mehr Werbung, immer mehr Werbung, dann kann man sich freikaufen von der Werbung bei YouTube, weil dann zahlt man halt monatlich was, also das ist ein großes Geschäftsmodell geworden, natürlich, diese ganzen Internetplattformen, ja, und in dem Fall, sagen wir, wenn wir die Werbung, wenn wir sparen können, dann tun wir es aber, wenn wir sagen, bitte, ja, dann zahle ich gern was, das ist mir was wert, die halbe Stunde oder Stunde Unterhaltung, die wir da liefern, dann soll es uns recht sein. Das ist dann vielleicht ein bisschen ein Parameter dafür, wie das wäre, wenn man für sowas, was wir machen, Geld bezahlen müsste, ob das dann auch noch jemanden interessieren würde, das ist eigentlich das Interessante, ja, und das Zweite, was ich dazu sagen möchte, zu den vielen, die sich angesehen haben, wir sind jetzt genau auch damit an dem Punkt angelangt, wo die ganze Situation, diese Verfahrenssituation jetzt ist, ja, wir zwar führen ja heute ein Gespräch über Corona, ja, und haben eine gewisse Community, die sich das anschaut, das sind aber die, die schon Stellung bezogen haben, die sind schon in die Schützengräben, ja, die wissen, zu welcher Partei sie gehören, ja, bist du Rapittler, bist du Austriana, die wissen schon, was sie sind, sie wissen, für wen sie schreien müssen, ja, und das ist genau eigentlich das, was auch bedenklich ist, in ganz vielen Bereichen, die jetzt passieren, jetzt wurscht, ob das das Klimathema ist, oder wurscht, was für ein Thema, ja, dass sehr schnell eine Position bezogen wird. Also praktisch die Fronten, die einfach jetzt schon verhärtet sind, die meinen, sind fixiert und, genau, was jetzt passiert, ist, wurscht, was wir da sagen, es wird sich niemand anhören, der mich nicht mag, der keine kritischen Äußerungen über Corona mehr vertragt, ja, also es bewirkt eigentlich nur mehr jetzt sowas wie eine Selbstbestätigung derer, die sowieso vielleicht unserer oder meiner Meinung sind bei dem ganzen Thema, aber es wird wohl kaum gelingen nehmen, zu überzeugen, ja, die Frage ist, wie kann man, wie kann man das so etwas, so einen Knoten jetzt eigentlich noch lösen, nicht, aber das war auch ein Thema, über das man jetzt eigentlich reden kann. Ja, nein, es ist eh spannend, weil, also der Grund, warum ich eigentlich hauptsächlich diese Corona-Reihe gestartet habe, ist zum einen, weil wir natürlich als Künstler oder ich als Musiker in der Anfangszeit extrem betroffen war und, man muss ich sagen, die Hilflosigkeit so groß war, dass ich unbedingt mit wem drüber reden wollte, wie geht es dir da dabei, bei Kollegen und so weiter und zum anderen jetzt über die Monate ist bei mir auch so ein Bedürfnis entstanden, dass man trotzdem noch Fragen laut aussprechen darf, die jeder in sich trägt, so, weil ich habe schon ein bisschen so das Gefühl gekriegt, so über die Monate manche Fragen, die will man irgendwie nicht hören, die soll man nicht laut stellen oder so, also das war schon so ein bisschen meine Intention, gell? Ja, ja, aber genau, das ist glaube ich auch jetzt ein guter Zeitpunkt, weil jetzt ist ja diese, ich nenne das immer die Zeit, die jetzt beginnt, ist für mich die Zwischenkriegszeit, habe ich das immer genannt, sogar in einem Programm von mir, weil das ist diese Zeit, wenn die Weihnachtsferien aufhören, bis zu den Heiligen drei kenne ich, wo plötzlich dann nach dieser furchtbaren Aufregung vor Weihnachten, wo ja alle furchtbar hektisch sind, dann irgendwann vielleicht doch ein bisschen Ruhe eingehört, dass man dann gar nicht mehr weiß, was für ein Wochentag ist eigentlich heute, man weiß noch nicht, ach ja, jetzt kommt irgendwann das Silvester und dann ist ein Jahr und dann kommen die Heiligen drei kenne ich, aber sonst hat man einen anderen Rhythmus und das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, dass man ein bisschen innehält, ja, und das passiert ja auch immer, das ist ja so, dass bei zum Weihnachtszeit der Jahresrückblick dann irgendwann kommt, das war immer so, traditionell, ja, ein Jahresrückblick und zugleich man gute Vorsätze hat fürs nächste Jahr und nachdem das ja, sagen wir so, kein Inhalt leeres Jahr war für die meisten, sondern viel Content war, wäre es gut einmal nachzudenken, was war da eigentlich, was ist da eigentlich passiert, was ist, glaube ich, mit mir auf persönlicher Ebene passiert, was ist mit der nächsten Schritt, also das ist, glaube ich, was passieren sollte. Da muss ich dir dazu sagen, da habe ich letztens so einen Gedanken gehabt, resümierend, das Jahr 2020, resümierend und da ist mir so bewusst, wenn man mir gedacht, so eine verrückte Kombination aus sinnlos verplemperter Zeit, gerade als Musiker jetzt im 2020er, wo Tage dabei waren, wo du nur in Wartepositionen weißt, wie geht es weiter und auf der anderen Seite aber wieder extrem viele Erkenntnisse, wie du vorher gerade auch erwähnt hast, für einen selber, also für mich persönlich zum Beispiel, für mich selber total viel weitergebracht, durch diese Zeit, die man sich sonst nicht genommen hätte, also es ist so eine arge Kombination aus völlig sinnlos verplemperten Tagen, wertlosen Tagen und aber hochwertvollen Tagen. Also ganz unterstrich sage ich mir, das jetzt, so sehr ich auch das alles verabscheue, was da passiert, teilweise, hat es trotzdem sehr viel gebracht, mir persönlich, was aber jetzt nur für mich gilt, also für andere wahrscheinlich hat das alles gar nichts gebracht, sondern das ist eine sehr, sehr blöde Situation, manch einer kann mir durchaus vorstellen, wenn es um die Existenz geht zum Beispiel. Gut, da trenne ich ja noch, weil ich rede ja nur für mich als Mensch, weißt du, also existenziell muss ich sagen, hat es nicht viel gebracht für mich. Ja, nein, aber es ist, ja, wir haben alle Verluste, ja, nicht wir alle, sondern wir Künstler haben alle Verluste zugleich, aber haben sie, also bei mir zum Beispiel haben sie jetzt andere Titel auf da, die zwar jetzt noch da nichts bringen, aber wo plötzlich vielleicht andere Dinge entstehen, die man jetzt macht, die man sonst, wenn alles normal geredet war, vielleicht nicht angefangen hätte oder keinen Zeit dafür gehabt oder etwas anderes eingeschätzt hätte und so, das mache ich gar nicht, weil ich habe jetzt eh da meine Dinge, die machen, die rennen. Also da hat sich schon viel getan. Spannend. Auf jeden Fall, ja, also das auf jeden Fall. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, wenn ich sage, was mir jetzt wichtig war, inhaltlich ist, wenn man sich jetzt wirklich die Zeit nimmt und die Ereignisse seit März, eigentlich hat sich schon vorher angefangen, muss man ganz ehrlich sagen. Wir sind erst alle im März sind wir darauf aufgesprungen, auf das Thema in Wirklichkeit. Ja, in der Welt war es ja schon Monate davor. Ja, es hat schon Leute gegeben, die schon im Jena gesagt haben, vor allem da kommt was, das wird ziemlich heftig, die sind ja niedergehakt worden, das waren ja damals die Verschwörungstheoretiker und die Rechten und Spinner und was weiß ich alles. Dann hat sich diese Erzählung komplett geändert, dann waren es die anderen plötzlich die Spinner. Aber es ist ein Jahr, kann man fast sagen, dass man jetzt beurteilen kann, eigentlich, persönlich. Und das ist der springende Punkt. Bin ich noch in der Lage, das, was war oder was ist, zu beurteilen? Oder habe ich schon irgendwann mal dazwischen verurteilt? Das ist nämlich ganz was anderes. Und ich glaube, dass jetzt schon Punkte erreicht ist, wo viele Menschen ein Urteil gefällt haben. Und zwar ein moralisches Urteil. Das kommt ja noch dazu, kein rationales, sondern wirklich ein moralisches Urteil. Was ist gut und was ist böse? Und haben diesbezüglich Positionen bezogen. Und in der Situation stecken wir jetzt alle drinnen. Es ist, abgesehen von der Politik, die ja ganz klar eine Erzählung gehabt hat, die war von Anfang an klar, nicht von ganz von Anfang, jetzt habe ich ja gerade gesagt, am Anfang war es eine ganz andere Erzählung. Die ist aber sehr schnell gekippt, wie Gefahr im Verzug war. Und genau in dem Moment ist dann losgegangen. Wir bleiben auf dieser Erzählung drauf. Und dann sind die Gegenerzählungen auf einmal hochgekommen. Was dann passiert ist, dass die Überbringer dieser Gegenerzählungen verurteilt wurden, benannt wurden. Also man hat den Überbringer der Botschaft niedergekackt eigentlich. Also man ist gar nicht auf das eingegangen, was andere Leute zu dem Thema zu sagen haben, sondern sie sind prinzipiell einmal als Personen diffamiert und niedergekackt worden. Das ist auch bis heute noch so. Das hat sich nicht geändert. Und das ist eigentlich ein Zeichen von Schwäche. Ja, weil wenn du, wenn wir zwei jetzt eine Diskussion haben, eine inhaltliche, wo wir anderer Meinung sind, dann wird man mal Argumente liefern. Und irgendwann einmal, wenn du merkst, du kommst mit den Argumenten nicht mehr durch, kommt die Emotion hoch, der Ärger. Ja, du fühlst dich durch die Argumente des anderen persönlich angegriffen. Also da geht es nicht um das Argument, sondern der greift mich jetzt an. Und dann gibt es eine emotionale Reaktion. Und der, der sich jetzt aufspringt, schimpft und sagt, du Arschloch, mit dir rede ich überhaupt nicht mehr. Du bist ja ein vollkommener Irgendwas. Ja, dann hat eigentlich der das Spiel verloren, der geht. Und da wissen wir jetzt, wer eigentlich verloren hat. Wobei die andere Seite auch nicht besser ist. Es ist ja beiderseits. Beide Seiten sind auf Niederhocken unterwegs. So verhärtet quasi, wie man am Anfang schon kurz erinnert. Genau, diese unterschiedlichen Positionen, die bezogen worden sind, die gibt es jetzt nicht nur auf politischer Ebene, wo eigentlich eh nur in Wirklichkeit eine Partei dagegen hält, aber auch aus Kalkül hierzulande. Auf medialer Ebene ist auch klar. Also alles, was nicht Alternativmedien sein, ist relativ klar auf Linie. Aber auch innerhalb von Familien passiert ja das. Weil was machst du jetzt, wenn du einen Partner hast oder Verwandte oder Kinder, die eine ganz andere Position haben? Das habe ich schon mehrmals mitgekriegt, dass da ganz schwere Konflikte gemacht haben. Was da sich ausspült. Ja. Da geht es wirklich ans Eingemachte. Ja. Aber nachher, das habe ich eh schon in den anderen Gesprächen auch immer gesagt, das alles beruht auch für eine Erzählung. Das darf man nie vergessen. Und das ist, glaube ich, bei meiner Beurteilung, die ich probiere jetzt da irgendwen jetzt einigermaßen aus allem, was passiert ist, sodass ich sage, okay, das ist jetzt für mich der Stand gerade heute. Ja. Das kann sich vielleicht in drei Monaten wieder ändern, weil sich Dinge auch ändern, aber der Stand heute ist es für mich immer wichtig gewesen, dass ich sage, okay, was ist Realität und was ist die Erzählung? Das ist was anderes. Weil du gerade gesagt hast, Roland, Veränderungen. Dazu fällt mir was ein. Und zwar, was ich interessant gefunden habe, ich habe mir auch so ein bisschen diese zehn Monate, muss man sich einmal überlegen, zehn Monate ist die ganze Sache jetzt in den Schlagzeilen, mehr oder weniger ohne Unterbrechung. Mit einer kleinen Ausnahme, nicht? Ja. Ja. Da hat schon einer mit einer Kalaschnikov am Schwedenplatz haben schießen müssen. Ja, stimmt. Traurige Ausnahme natürlich. Ja, dass da kurz einmal das wegkommt. Aber sonst... Denken der wichtigen Dinge. Genau. Sonst nie verschwunden. Fällt dir eigentlich etwas Gleichwertiges? Oder hat es sowas schon einmal gegeben, dass über zehn Monate ein Thema nicht aus den Schlagzeilen verschwindet? Also mir ist nichts eingefallen. Naja, nicht in dieser Massivität und Kontinuität. Aber ich weiß, Migration und Flüchtlinge war schon eine Zeit lang ein ziemliches Thema. Also Übergang 2015, 2016. Ja. Und in der Zeit war das schon ein Thema auch. Aber da waren immer andere Sachen. Vor allem, es hat ja nur, es hat ja nicht alle wirklich betroffen. Jetzt ist ja so, jetzt ist jeder von dem, was passiert, in irgendeiner Art und Weise betroffen. Ja. Betrifft jeden. Sei es jetzt gesundheitlich, das sind wenige. Aber... Das hat es, glaube ich, noch nicht gegeben, dass man wirklich ein Thema, das jeden betrifft. Ja. Ja, das ist so. Ja. Aber das ist ja nicht... Aber da sind wir wieder bei der Erzählung. Die Erzählung ist das Wichtige. Die ist geblieben. Man ist auf der Erzählung draufgeblieben. Weil wenn mich damals einer im Mai gefragt hätte, wann wird die Corona-Pandemie zu Ende sein, hätte ich gesagt, da haben wir nicht mehr darüber berichtet. Ja. Weil, was ich positiv finde an der ganzen Sache ist, dass der Syrien-Krieg vorbei ist. Na, der ist nicht vorbei. Ja, dann gibt's nicht mehr. Wir wissen nichts darüber. Weil Einstieg Corona, da sind die Türken gerade in Nordsyrien einmarschiert, mit Bands über die Grenze. Man glaubt, jetzt eskaliert es dort. Und jetzt ist nichts. Ja. Wie so viele andere Themen, wo man das Gefühl hat, die gibt's auf einmal nicht mehr. Ja, ja. Aber das ist das, was ich gemeint habe mit dieser, was ist Erzählung, was ist Realität. Und darum sollte man jetzt eine Zeit nützen, wenn man rückblickt, was ist wirklich gewesen, was ist Realität, was habe ich wirklich erfahren, was habe ich erlebt. Und was, was jetzt meine Beurteilung ausmacht, beruht wirklich nur auf Geschichteln. Es sind Geschichteln. Und das ist aber jetzt kein neues Phänomen. Die Menschheitsgeschichte, das was wir Geschichte nennen, wenn wir Geschichtsunterricht haben, alles was dort passiert, beruht ab einem gewissen Zeitpunkt auf Geschichteln. Auf Geschichteln, die sie Menschen erzählt haben. Sei es Geschichteln über Götter, dann über den einen Gott, dann Geschichteln, dass der Kaiser gottähnlich ist, vom Gott gesandt ist, etc., etc. Ja, das sind alles Geschichteln. Nationalsozialismus, Kommunismus, alles beruht auf Geschichteln, die ein paar erzählt haben, ja, die dann aber zur Geschichte geworden sind. Und genau, da sind wir jetzt wieder drinnen. Das ist eine Erzählung. Das darf man nicht vergessen. Ein Beispiel, was ich mir jetzt einfache. Jetzt muss ich wieder zurückgehen. Ganz am Anfang gab es eine Veröffentlichung, die, glaube ich, noch jeder irgendwie im Kopf hat, die dann von allen anderen auch übernommen wurde von der Orte-Erzählung. Der Neil Fergus, das ist, glaube ich, englischer Modellierer, ja, also Mathematiker oder was auch immer der ist, der hat gesagt, es wird so sein, dass sie Milliarden Menschen das haben und ich weiß nicht, 40 Millionen sterben. Ja, sofort, ja. Das war's. Zeitgleich während das in den Medien war und alle irgendwie in einer Art und Weise darauf aufgesprungen sind, von der Vehemenz und der Gefährlichkeit, auch unsere Regierung mit den 100.000 Toten und jeder wird den kennen, der ein Corona-Sturm ist, ja, das war das Geschichtel. Und wir hätten, ja, die Möglichkeit gehabt, zeitgleich die Realität zu beobachten. Das war dieses stepperte Kreuzfahrtschiff, diese, wie jetzt geheißen, Diamond Princes oder so. Ganz am Anfang war das. Ganz am Anfang. Das dann in Yokohama in Quarantäne gelegen ist, wo das absolute Worst-Case-Szenario war, dass nämlich ein geschlossener Raum, ja, 3.600 Menschen, glaube ich, waren da an Bord, hauptsächlich bis auf die Hakel, was die Besatzung ist, alte Leute eine Kreuzfahrt machen. Irgendeiner hat sich eingeschleppt, dann sind sie krank geworden teilweise. Und es gab uns, glaube ich, ungefähr 700, die wirklich krank waren. Und von denen sind sieben gestorben, die waren alle sehr alt. Das ist das, wo man gesehen hat, das macht das Ding, wenn es keinen Ausweg gibt. Und wenn wirklich sehr viele alte Leute auf dem Haufen sind, das passiert dann. Da hätte man hinschauen können. Und die sagen, hey, ist zwar tragisch, dass das so ist, aber es ist eine sehr gute Referenz, um das zu beobachten. Und mit dem sind wir nicht mehr durchgekommen, weil das Geschichte, was erzählt wurde, so groß war, dass das bedeutungslos war. Hätte man sich dann quasi selbst widersprochen. Es ist gar nicht um das Widersprechen gegangen, sondern eigentlich immer sagen, Gott sei Dank, das stimmt nicht, was wir geglaubt haben. Es hat dann auch der Streeck, das ist der deutsche Virologe, der dann so eine Studie in einem gewissen Gebiet, in einer gewissen Urtschaft gemacht hat, wo das ziemlich massiv damals war am Anfang. Da hätte man schon auch hinschauen können, aber das war offenbar dann nicht mehr gewünscht oder ich weiß es nicht, weil die Erzählung so massiv war. Und wenn du einmal auf einer Erzählung drauf bist und aufgrund einer Erzählung Maßnahmen ergreifst, die dann wirklich keinen Einfluss auf die Realität haben, weil man einfach nur eine Geschichte erzählt, ist es ja wurscht. Das haben wir mit Menschen gern, dass uns wer Geschichten erzählt. Wir tratschen, wir tauschen uns aus, erzählen Geschichten über andere, wir lesen gerne Geschichten, Krimis, wir singen im Fernsehen, im Theater gerne Geschichten. Das ist ja, das macht uns Ich glaube das, was am besten funktioniert über alle Medien. Genau, aber das hat keinen Einfluss auf die Realität. Es gibt Geschichten, die sind eben so, die werden auf, da ist das Transportmittel so konstruiert, dass das dann wirklich auch einen Einfluss auf die Realität hat. Weil es eben ganz tief in uns einigt in die Emotion. Und das ist eben das, was passiert ist, dass dieses Geschichtl einen Einfluss auf unsere Lebensrealität hat. Und wenn du mit dem Geschichtl das erzeugt hast, dass die Realität von Menschen beeinflusst wurde und nicht nur positiv, sondern über weite Strecken auch sehr negativ, die Lebensumstände, dann bist du als Geschichtenerzähler und dann sagst, nein, das war nur ein Geschichtl. Haha, hat Spaß gemacht. Das Geschichtl hat nicht gestimmt. Dann kam man nicht mehr retour quasi. Du bist geführteilt. Das heißt, du musst drauf bleiben. Darum war ich dann irgendwann einmal so das Thema, wie kommen sie aus der Nummer raus. Aber Roland? Es war eh klar, wie es rausgekommen ist, so wie es jetzt rausgekommen ist, Impfstoff. Das war klar, ja. Was mir dazu einfällt ist, ich beobachte schon, ich muss auch sagen, das beobachte ich bei mir ein bisschen selber, dass sich über die Monate der Respekt doch vergrößert hat, dem Ganzen gegenüber. Und ich habe auch das Gefühl, dass der Respekt vor dem Virus, vor der Krankheit und so weiter doch größer geworden ist. Bei dir jetzt, meinst du? Ja, bei mir zum Beispiel. Aber ich habe auch das Gefühl, so generell. Entschuldige. Beobachtest du das gar nicht? Also das ist so mein Gefühl. Moment, Moment. Ich kam in unser Erstesgespräch, da warst du richtig fertig und hast auch Angst gehabt vor dem Virus. Wo ich gesagt habe, die wirkliche Gefahr ist nicht der Real-Virus und der Virus, den wir ab jetzt im Kopf haben. Ja gut, das war ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Da hat man ja gar nicht gewusst, wie man das einschätzt. Aber es ist interessant, also in den zehn Monaten, welche unterschiedlichen Phasen man emotional eigentlich durchgemacht hat. Also wird mir gerade so bewusst da. Also bei mir ganz konkret ist es so, dass ich mein Zustand zu dem, was das Ding ist, von der Sekunde eins, wie berichtet wurde darüber, wo ich das erste Mal gehört habe, zu jetzt für mich nicht geändert habe. Aber das hängt jetzt nicht mit einer Lernphase oder einer Erzeugungsarbeit, die wir geleistet haben oder was auch immer. Sondern das hängt bei mir mit meinem persönlichen Zustand zu Krankheit, Tod und Leben zusammen. Das hat nichts mit einer wirklichen objektiven Wahrheit zu tun, sondern mit meiner Wahrheit, die ich mir gebaut habe, wie ich mit Krankheit prinzipiell umgehe. Das heißt, die kann man mit dieser Geschichtenerzählung, wie sie erzählt wird, quasi gar nicht erreichen oder verändern. Nein, man kann meinen prinzipiellem Zustand zum Leben mit einer Geschichte, also in der Form, wie es passiert ist, überhaupt nicht verändern. Man hat nur auf einer anderen Ebene meinen Zustand zur Gesellschaft, zu meinen Mitmenschen, das hat sich schon verändert durch das, was passiert ist. Das heißt, es heißt das ja nicht, dass mir jetzt spürt, dass es vorübergegangen ist, mir ist jetzt eh alles wurscht, was da ist. Mir geht das eh nichts an. Überhaupt nicht. Nur auf der Ebene Gesundheit, Krankheit, ist das genau das gleiche wie am 20. März. Und diese Zahlen, das sind Zahlen, das ist ja okay, aber das ist es nicht. Nur ein Beispiel, was sich bei mir auch auf der körperlichen oder auf der Gesundheitsebene geändert hat, aber positiv in dem Fall ist, dass irgendwann diese Risikogruppen so benannt wurden. Ja, alte Leute, Menschen mit Vorerkrankungen etc. etc. Dann haben sie gesagt, naja, es kann ja welche, die jünger sind und so weiter und so fort. Ja, aber eigentlich in der Regel nicht, außer die haben vielleicht schon Leute gehabt, vorher haben sie auch nicht gewusst etc. etc. Und da war dann so mein Blick auf diese Risikogruppen plötzlich da. Ich habe mir Gedanken gemacht über alte Menschen, die im Pflegeheimen sind, habe dann eigentlich angefangen, dieses ganze Pflegeheim und wie wir mit den Alten umzugehen, einmal schwer zu hinterfragen. Ja, was passiert da eigentlich? Und ich habe mir dann, so wenn ich im öffentlichen Raum unterwegs war, einfach so den Spurt gemacht, habe Menschen, die drauf haben, angeschaut und haben gesagt, Risikogruppe ja oder nein. Ja. Wie weit schon im Bereich Risikogruppe? Irgendwelche fremden Menschen, so wie sie körperlich mir kommen. Das ist nur einfach von mir eine Net-AP-Urteilung, eine Fair-Urteilung, das muss man ein Vorurteil sozusagen. Einfach wie schaut die Person aus, wie bewegt sie sich, wo kehrt die hin? Der oder die ist gefährdet quasi. Ist gefährdet, sowohl auf wirklich vielleicht, weil krank, schwach, alt, übergewichtig, Kettenraucher, drei Nachmittags schon angesoffen, auf der körperlichen Ebene, aber sowohl auf der Ebene gefährdet, weil Angstneurotiker. Sowieso Angst, Angst vor allem. Und jetzt kommt das auch noch dazu. Und so habe ich mir den Menschen angeschaut und mir gedacht, okay, das Einzige, was ich da, das macht ja keinen Sinn, wenn man jetzt Bewertungen macht, da habe ich nichts davon, ich kann nur sagen, was heißt das für mich? Und für mich das geheißen, was kann ich tun und nicht irgendwann, jetzt bin ich schon 57, und das kann schneller gehen, als man glaubt, wird man auch sowas wie eine Risikogruppe. Weil vom Alter her, ich glaube, in zehn Jahren, was weiß die auch sowas wie eine Risikogruppe, jetzt nur vom Alter. Und die haben mir gedacht, okay, was kann ich ab jetzt tun, um nicht einer Risikogruppe anzugehören? Wo sind meine Leute? Und dann bin ich bei mir draufgekommen, was ich komplett vernachlässigt habe, obwohl ich eh immer auf mich schaue, so gut geht, ja. Wo sie ist, dass ich nur schlafe, dass ich keinen Stress habe, ja. Aber was ich total vernachlässigt habe, ist meine Beweglichkeit. Ich bin draufgekommen, dass diese Risikogruppen, was man als Risikogruppe bewertet, dass es körperlich durch Steifigkeit, Unbeweglichkeit, ja, Spannung, das ist das, was für mich eine Risikogruppe ist. Und das war für mich so der Schluss, okay, wenn ich nicht auch in zehn Jahren so daherkommen will, irgendwie, dass man alles wehtut, muss ich ab jetzt sofort etwas unternehmen. Weil, wie merkst du bei mir, beim Motorradfahren, weil bei so hohem Motorradfahren auch, ja, jetzt bin ich eh eine Sitzer, es ist nicht leichter, so ein Hochmodell, immer schon für mich Arsch gewesen mit dem Motorradfahren, mit den hohen Fieger um einander fahren. Und weil es fahren muss, das Thema, weil man nicht mitrennen muss. Aber das Stehenbleiben war oft ein Problem, im Gelände. Ich habe ein anderes Stehenbleiben, da bin ich einfach umgefallen, wirklich, kein Spaß. Und das Raufschwingen auf dem Afrikaner, so dicke, fette Afrika-Twein, ja, das ist schon eine Challenge gewesen. In letzter Zeit habe ich mir gedacht, okay, das kann es nicht sein. Weil, ich muss wieder mehr an meine Beweglichkeit, an meine Elastizität denken. Eine schöne Erkenntnis eigentlich in dem Fall. Und ich habe angefangen, jetzt seit Wochen, im September habe ich das so gemerkt bei unserem Gespräch und habe gesagt, okay, jetzt ist es wirklich, da bin ich mit dem Motorradkommen, wenn du dich erinnerst. Jetzt ist es an der Zeit, wenn ich nicht will, dass ich in drei, vier, fünf Jahren nicht mehr auf das Motorradlaufe komme, muss ich jetzt etwas tun. Und jetzt habe ich regelmäßig auch angefangen, Dehnungsjungen zu machen. Ja, wirklich. Und eine Stunde. Ja, das tut mir irrsinnig gut. Ich merke, dass es jetzt viel mehr fließen kann in mir, dass LACCT da ist, dass da, wo ein Stau von ihm dann trägt, dass es jetzt abfließen kann. Das ist aber nicht angenehm. Also das, was ich da mache, tut sehr weh. Also denen tut wirklich weh. Darum muss ich wahrscheinlich auch immer auslassen. Ja, vielleicht weil es nicht männlich ist oder so, was auch immer. Aber das ist etwas, was eigentlich, muss ich sagen, danke Corona, danke Maßnahmen, hat mir jetzt geholfen. Aber was, was ich da gerade sehr interessant finde, Roland, dass dann doch sozusagen die, wenn man etwas oft genug hört, so eine Erzählung, wie du es nennst, die Geschichten oft genug hört, dass es selbst mit dir, der eigentlich ein relativ ausgeprägtes Weltbild hat oder eine Meinung hat, dass du, dass das in dir so viel ausgelöst hast, dass du selber darüber nachdenkst, was ist Hauptrisikogruppe, wann bin ich Hauptrisikogruppe. Ja, ja. Das ist interessant, man muss nur oft genug hören, dass es selbst mit dir etwas gemacht hat. Das habe ich, glaube ich, auch vielleicht gemeint bei unserem Einstieg von dem Gespräch, dass man sagt, man muss diese Zeit jetzt, wo wirklich irgendwie alles stillsteht. Das ist natürlich heuer nichts Besonderes, dass alles stillsteht, weil heuer so oft alles stillgestanden ist. Aber normalerweise ist es wirklich die Zeit, wo Dinge stillstehen. Weihnachten, so die Weihnachtszeit zum Beispiel. Genau, das ist ja von Natur aus schon so. Ja. Weil auch, selbst wenn ich total naturverbunden bin, steht jetzt in der Natur alles. Also Gartenarbeit ist jetzt natürlich sinnlos oder es steht irgendwie alles. Und darum kann man diese Zeit nützen. Ja. Und zwar nicht jetzt, um zu verurteilen, dass man sich jetzt entscheidet, auf welcher Seite ich bin, sondern einfach das, was kann ich jetzt auszuholen. Und was wird meine Entscheidungen für das nächste Jahr vielleicht beeinflussen? Wo kann die Reise hin? Das ist auch ein wichtiges Thema. Dass man sich überlegt, wo geht es mit mir und wo geht es überhaupt hin? Das wäre jetzt ganz, ganz wichtig, dass sich ganz viele Menschen endlich Gedanken darüber machen. Das hätten wir schon vor 30 Jahren machen sollen vielleicht bei manchen Themen. Vor 20 Jahren bei anderen Themen. Ich meine, wir haben es vollkommen verabsäumt. Ja. Aber jetzt war so ein Punkt, wo man es macht. Und weil wir es gut über Weihnachten wieder geredet haben, jetzt muss ich noch einmal auf das mit dem Geschicht zurückkommen. Weil mir das so, so wichtig ist. Da gibt es einen schönen Satz, eine Frage, die sich jeder Mensch selber stellen kann, ist, glaube ich nur das, was ich sehe? Oder sehe ich nur das, was ich glaube? Es gibt Leute, die sagen, ich glaube nur das, was ich sehe. Nein. Du siehst mittlerweile nur mehr das, was du glaubst. Und wenn wir jetzt das Weihnachten hernehmen. Ja. Alles, was da passiert rund um Weihnachten, was einen massiven Einfluss hat auf einen Großteil der zivilisierten Welt, das ist auch ein Wirtschaftsfaktor Weihnachten. Ja. Es gibt eigene Weihnachtsmusik, die komponiert wird. Was da alles zu Weihnachten passiert. Das kann man jetzt bewerten, ob das schön ist oder nicht. Also ich halte diesen großen Teil der Weihnachtsmusik gar nicht aus. Mir geht das eher am Zager, diese seltsame Musik da. Dann die Bundstandeln, diese sich beschenken, sich gegenseitig übertrumpfen mit den Häkern in den Christbaum etc. etc. Der Zwang, dass Familien gerade zu Weihnachten nicht doch wieder zusammenkommen, auch wenn sie zerstritten sind. Meistens eskaliert es dann furchtbar gerade zu Weihnachten, weil eh schon alle fix und fertig sind, ja. Und alles das, was in der Realität um diese Zeit Weihnachten passiert. Ja. Auch die positiven Sachen, dass man plötzlich spendenbereiter ist, weil dann die Armen denkt, vielleicht selbst bochene Kekse in die Gruppe bringt oder vielleicht ins Dunkel spendet. Alles das beruht auf einem Geschichtel. Das ist das Geschichtel, was wir uns über Weihnachten erzählen. Was auch selbst, die mit dieser Religion nichts zu tun haben, die nicht dem Christentum angehören oder ausgetreten sind, trotzdem dieses Fest in irgendeiner Art und Weise zelebrieren. Alles Weihnachtsfest. Und jetzt nur kurz, was ist wirklich zu der Zeit, was ist die Realität? Und das ist das, an dem ich mich orientiere. Es geht bergauf. Das musst du kurz erklären. Eben. Und da siehst du, das wird dem Geschichtel so viel Bedeutung geben, dass wenn einer sagt, das schöne an Weihnachten ist, jetzt geht es bergauf. Jetzt kommt Silvester, dann kommt irgendetwas. Nein. Die Tage werden länger. Und das ist nicht eine Geschichtel. Das ist das, was es ist. Es werden definitiv keine Stuppen. Es werden definitiv die Tage länger. Das heißt, es geht bergauf. Das heißt, die Natur ist jetzt zurückgezogen. Jetzt kommt noch so eine Phase, wo das ganz massiv wird, wo wir die Kurzheit und Verknapptheit des Lichts so richtig spüren werden in der nächsten Zeit. Und irgendwann einmal kommt das alles wieder, die Energie von der Sonne und irgendwann wird alles wieder die Natur, alles wird explodieren. Wir werden wieder raus wollen. Wir werden andere Gesichtsfarbe haben. Wir werden weniger anfälliger sein auf ein Virus. Was auch immer. Es geht ab jetzt bergauf. Und das ist für mich auch das, was eigentlich diese Weihnachtszeit auch ausmacht. Nur das ist eigentlich, ja, jetzt wird das so gestimmt, aber hat für mich keine Bedeutung. Aber das ist immer eine persönliche Position, die du irgendwann einmal eingenommen hast oder nicht. Für manche ist Weihnachten das Geschäftsmodell schlechthin. Also alle, die einen Stand haben, die auf die Christkindl-Märkte, das ist Hauptumsatzzeit für ganz viele Geschäfte. Leider nicht, gell. Ja, ja. Ob jetzt leider, da bin ich auch so. Weißt du, bei manchen Maßnahmen denke ich mir, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Jetzt wären wir wahrscheinlich ganz viele, die jetzt irgendwo einen Bedeutung gehabt hätten oder die einen Skilift oder eine Skirte betrachten, dann ist der teipert. Ja. Aber ich kann das sagen, weil ich bin ja auch komplett bestraft worden durch die Maßnahmen. Das ist dieses Interessante, das ist mir vorher nämlich auch bewusst geworden. Ich glaube, es ist, weil wir angesprochen haben, diese unterschiedlichen emotionalen Ebenen, die man in diesen Monaten jetzt durchlebt hat. Ich glaube, es ist auch so spannend, ich glaube schon davon abhängig, in welcher Situation man steckt. Total. Ich habe mir heute gedacht, weißt du, was meine ich? Dadurch als Musiker bin ich jetzt mehr oder weniger zehn Monate fast durchgängig daheim, bis auf die kurzen Sommerwochen. Ich habe mir heute so gedacht, wie würde es mir gehen? Was hätte ich für Emotionen durchgemacht? Wenn zum Beispiel mein Job einfach, es gibt ja einige Jobs, die ganz normal weiter geredet sind. Was heißt einige? Mit fast... Was heißt einige? Der Großteil. Ja. Aber weißt du... Der Großteil geht da ganz einmal weiter. Ja klar, da gibt es Kurzarbeit. Aber alles, was Beamte sind, da rennt einfach die ökonomische Versorgung weiter. Ja. Ja. Manche hängen jetzt am Tropf, werden subventioniert, mit diesem Umsatzersatz, wo man ausüben kann, dann kriegt man auch. Und solange man noch am Tropf hängt, ist ja noch eine Befriedigung da. Dass man sozusagen ruhig gestellt ist. Ist man ruhig gestellt. Ja. Dann nimmt man das auch hin, dass man sagt, naja, jetzt geht schon so lange das Corona, jetzt interessiert mich gar nicht mehr so, irgendwann wird es vorbei sein, danke, Ende. Ja. Ja. Also solange das noch haltbar ist, dass man am Tropf hängt und die Versorgung da ist. Das haben wir jetzt beim Thema Intensivstation, weil de facto ist es so, dass viele Menschen jetzt in der Intensivstation liegen und das gar nicht wissen. Intensivstation heißt, dass du abhängig bist von Systemen, die dich noch am Leben erhalten. Und da sind viele, glaube ich, jetzt in so einer Situation drinnen. Ja. Ja. Und das bedeutet aber, dass irgendjemand die Herrschaft über die Geräte hat. Ja. Also alles, was jetzt verteilt wird, da gibt es eine, das ist zwar ein stapaziertes Wort, aber es ist doch eine politische Elite, ja, die jetzt entscheidet, wie verteilt wird. Ne? Ja. Ich glaube, dass das ein Grund ist, warum wir jetzt Füße ein bisschen zurückhalten mit Meinungsäußerungen, weil man möchte doch am Tropf hängen. Weil das Schlimmste war, wenn sie jetzt mal so, und sie tragen da einen Tropf zu. Also an Abhängigkeit teilweise natürlich heraus. Genau, das ist klar. Das ist auch bei Künstlern, glaube ich, ein großes Thema. Weil normalerweise müssten jetzt die Künstler, das ist ja die Aufgabe auch von Künstlern, von Kulturschaffenden, die jeweilige Situation, die gerade so gesellschaftlich da ist, irgendwie zu reflektieren. Darüber andere Geschichten zu erzählen, Lieder zu singen, was auch immer. Aber das, was es ist, aufzusagen, okay, ich habe die Freiheit, weil ich kann sagen, was ich will. Weil wenn ich nur Geschichte erzähle, weiß ich eher, dass es ein Geschichte ist, aber ich kann es rauslassen, was ein anderer nicht kann. Da muss man nämlich, glaube ich, das habe ich bei mir auch so kloppen. Aber Entschuldigung, sie tun es nicht, weil sie abhängig sind. Ja. Sie tun es deswegen, weil sie hoffen, wenn ich das jetzt sage, weil wovon lebt der Künstler in der Regel? Entweder er ist subventioniert, das heißt, die politische Elite verteilt, oder Abhängigkeit von der Zuwendung des Publikums. Ja. Und wenn du jetzt aber nicht der Norm entsprichst mit dem, was du sagst, also dem entsprichst, was das Publikum gerne auch hört, bist du auch schnell weg vom Fenster. Bei mir ist das mittlerweile alles falsch, Gott sei Dank. Ja. Aber ich glaube, dass da viele wirklich große Bedenken haben. Ja. Ja. Ich habe das jetzt unterbrochen. Nein, nein. Kein Problem. Mir ist mir dazu eingefallen, ich denke dann immer gleich an meine Situation, wie es mir so entgangen ist. Und die Gefahr ist dann auch, dass man, wenn man selbst betroffen ist, zum Beispiel auch finanziell, dass man wirklich Sorgen hat, dann manchmal muss man aufpassen, dass dann seine eigene Sichtweise neutral hält oder dass die neutral bleibt, weil du natürlich emotional bist. Natürlich. Warum habe ich zum Beispiel in den 10 Monaten auch ganz viele verschiedene Phasen durchgemacht? Ja, ja. Mal schimpft man, mal ist man ruhigstellt. Man ist sich unsicher. Man wird gerne etwas sagen, traut sich nicht. Etc. Etc. Und vor allen Dingen, das haben wir schon vorher gesagt, viele haben jetzt das Gefühl, ich muss mich jetzt entscheiden, wo gehöre ich dazu. Ja. Und das passiert aber meistens auch auf einer Einschätzung der Zukunft. Was ist die bessere Seite, was ist die sichere Seite, wo ich jetzt dazugehören will? Ja. Welchen Weg gehe ich? Weil in Wahrheit ist der Mensch von dem, was er ist, da gibt es einen schönen Begriff, ein Normopath. Mhm. Ja. Das heißt, es ist wichtig, um zu überlegen, einer Norm zu entsprechen. Also nicht anecken, auf jeden Fall. Nein, einfach das, was vorgegeben wird, auch wirklich einzuhalten, weil sonst wirst du ausgeschlossen von der Gruppe. Und wenn du von der Gruppe ausgeschlossen wirst, hast du keine Lebenschance. Ich glaube, das sitzt sehr tief in uns. Das ist, glaube ich, ganz etwas abgrundtiefes, etwas ureigenes. Nur halt so, wo jetzt alles, was jetzt passiert, eben auf Geschichte beruht und nicht auf dem, was wirklich ist, ja, ist es viel leichter, immer mehr und mehr Normopathen zu erzeugen. Ja. Die zwar mit dem Thema irgendwie gar nichts zu tun haben, aber trotzdem irgendwie dabei sein wollen. Aber nicht wegen einem Thema, sondern um überhaupt dabei zu sein. Das kommt auch dazu. Ja. Und jetzt wäre immer ein wichtiger Punkt, dass wenn du jetzt eine Beurteilung der Situation hast, auch deiner persönlichen Situation, wo eben alles, was du jetzt gesagt hast, passiert, da hat es ihm irrsinnig viel mit Angst zu tun. Das haben wir ja ganz am Anfang gesagt. Ja. Wie kriegst du eine Gesellschaft in so einer Situation, wo sie jetzt ist? Ja. Du brauchst Angst. Ja. Du brauchst Angst. Weil wie kriegst du Leute dazu, dass sie in den Krieg... Das Krieg ist natürlich ein bisschen überspitzt, aber es wird ja auch von anderen strapiziert. Weil wir sind ja im Krieg gegen das Virus. Wir sagen dem Virus den Kampf an. Also das ist wie... Da ist ein Feind. Ja. Der Feind ist ja nicht wir selber. Ja. Sondern der Feind ist etwas von außen, das Virus. Ja. Das ist einmal der Feind. Der gehört bekämpft. Und davor haben wir Angst. Ja. Der Herr ist dieses... Der Kampf ist gerechtfertigt, weil der Virus kein Gerechter ist. Ja. Weil der ist böse. Ja. Der will uns zerstören. Der will uns etwas Böses tun. Ja. Das ist das eine, was du haben musst, damit das funktioniert. Damit man bereit ist, eine große Gruppe dazu zu bringen, dass sie überhaupt in den Krieg ziehen. Weil das ja auch einen Preis hat, in den Krieg zu ziehen. Es hat immer einen Preis gehabt. Nicht? Ich kann zwar sagen, okay, wir ziehen gegen diese Nation, weil die möchte oder hat uns Böses getan oder hat uns angegriffen oder was auch immer. Ja. Nur der Preis ist, du wirst wahrscheinlich sehr viele junge Männer verlieren. Das ist klar. Ja. Und um die Bereitschaft, diesen Preis zu zahlen, ja, auch wirklich zu gewinnen in der Bevölkerung, musst du die Heimatfront auch bewirtschaften. Ja. Das heißt, es muss die Angst vor dem Angriff des anderen kommen und zugleich der Schuldige geliefert werden. Und in dem Fall ist es sehr einfach, der Schuldige ist der Feind. Das ist dann sehr einfach. In so einer komplexen Situation, weil das Virus an sich hat ja keine Schuld. Das tut ja nur, was es tut. Das ist vollkommen neutral. Das will niemandem was Böses. Ja. Es tut einfach das, was es tut. Ja. Ob das aber die Bevölkerung so sieht, ist die Frage. Weil es entwickelt sich ja trotzdem so eine Art Feindbild irgendwie. Die auf Erlaubt und Weise. Und Vorsicht. Und da sind wir am sprengenden Punkt. Und gegen das ist es eigentlich wert, wirklich anzukämpfen. Das Feindbild ist es nicht. Das Virus. Ja. Das Feindbild ist dein Gegenüber. Der andere Mensch. Der dir entgegenkommt ohne Maske auf der Straße. Ja. Der ist Schuld, dass vielleicht deine Großeltern sterben. Ja. Und jetzt noch schlimmer. Jetzt, wo man weiß, dass alle diese Maßnahmen, die passiert sind, logischerweise unser Wirtschaftssystem ins Wanken bringen. Ein Wirtschaftssystem, was ja schon in ganz vielen Bereichen sehr, sehr wackelig war. Jetzt ist nicht nur die Schuld, dass du andere gefährdest. Ja. Du bist schuld, wenn die Wirtschaft in Bochow geht. Weil Schuld, ja, am dritten Lockdown oder vierten, fünften Lockdown sind die, die sich nicht an die Maßnahmen gehalten haben. Nicht die, die sagen, es ist ein Lockdown. Es sind die, die sich nicht an die Maßnahmen gehalten haben. Und das ist das, was transportiert wird. Das wird zwar jetzt nicht offen ausgesprochen, ja, aber es wird immer so mittransportiert. Das heißt, du siehst in deinem Gegenüber, ja, entweder, ah, das ist wie, wenn du ein Pistler bist, jetzt kommt einer mit einem grün-weißen Schall, äh, 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 und einer mit einem violetten Schall kommt, wuh, ja. Und das ist passiert. Und das ist gemacht. Nur dazu, was im Verhältnis zu einem Krieg oder einem wirklichen Angriff um relativ wenig geht, das muss man ganz ehrlich sagen. Trotzdem aber sind wir bereit, diesen Preis, diesen Vertrauensverlust, den du jetzt einem anderen Menschen gegenüber hast, nur weil er was signalisiert oder eine andere Meinung hat als du, einzupreisen. Sind das die Dinge, die wahrscheinlich am längsten übrig bleiben, wenn von dem Virus keiner mehr spricht? Naja, das ist jetzt kein Versuch lesen, natürlich. Aber es ist zu befürchten, dass da was übrig bleibt. Jetzt haben wir gesagt, schließen wir die Beurteilung ab, weil was sollt ihr noch dazu sagen? Meine Position ist klar. Was für Entscheidungen stehen in der Zukunft an? Wo wird die Reise hingehen? Und um Entscheidungen zu treffen für dich selber, musst du von einem gewissen Standpunkt, das ist das Jetzt, wo du auf die Vergangenheit zurückblicken kannst, musst du ungefähr eine Einschätzung der Zukunft haben. Auch wenn es die Zukunft jetzt ja nicht gibt, es gibt nur in den jetzigen Momenten, aber trotzdem macht es der Mensch, du musst jetzt eine Einschätzung haben, wo geht die Reise hin? Und dann musst du jetzt, und das ist nur ein Rat, den ich den Menschen jetzt geben kann, jeder muss jetzt Entscheidungen treffen, die vielleicht gar nichts jetzt unmittelbar mit der Krankheit zu tun haben, ja, sondern überhaupt, wo wird meine Reise hingehen? Wo sehe ich unser Land, Europa, die Welt in fünf Jahren? Habe ich jetzt Entscheidungen zu treffen, die mich dort relativ safe machen? Oder safe ist auch schlecht. Da bin ich genau in demselben Modus, wie wir halt alle sind. Dann, safe bedeutet Sicherheit. Das ist ganz, ganz ein schlechtes Wort, ja. Weil das, was wir jetzt gerade machen, ist ja, Sicherheit durch Vermeidung zu erhalten. Das heißt, wir vermeiden, andere Menschen zu treffen, ja, wir vermeiden eigentlich das Leben so zu leben, wie wir es eigentlich leben würden, ja, um die Sicherheit zu haben, nicht selbst krank zu werden, nicht einen dritten Lockdown zu haben, etc., etc. Das heißt, klar, aber das ist ja das Blödeste überhaupt. Ja, klar, wenn ich etwas vermeide, ja, dann wird das nicht passieren, das Unangenehme, was passieren kann. Was aber nicht heißt, dass an einer ganz anderen Front etwas anderes passiert. Da habt ihr ganz am Anfang ein lustiges Video gegeben, das ist umgegangen über WhatsApp, ganz am Anfang, wie diese, wir müssen alle Masken und Schutzanzüge, da siehst du einen Typen, der sich vollkommen hysterisch vorbereitet aufs Rausgehen, also Schutzanzug, Hände 23 Mal waschen, drei Handschuhen übereinander, Gasmaske, vollkommen vorbereitet, ja, um jeglichen Kontakt mit dem Virus zu vermeiden, geht aus dem Haus daraus, geht über die Straße, ein Auto kommt und fährt am Zahn und ist tot. Also, die Vermeidung auf einer Seite bedeutet nicht, dass woanders nicht sich ganz etwas anderes auftut, ja. Aber dieses Denken mit, da sind wir dann safe, ja, wie kann ich Sicherheit schaffen, ist eigentlich wieder dem, was wir sind. Da gibt es ein wunderbares Buch vom Talib, das heißt Antifragilität. Ich habe das nur wegen einem Titel gekauft. Was ist Antifragilität? Wenn ich dich jetzt frage, was ist Antifragilität? Keine Ahnung. Genau, was ist Antifragilität? Ich kenne ja entweder, es ist etwas Fragil, ja, oder es ist etwas Stabil. Ja, also, ein paar Sektgläser sind sehr fragil, oder Champagnergläser. Ja, ein Starr ist ziemlich stabil, ja. Und was ist aber Antifragil? Tja, gute Frage. Genau. Er beschreibt es so in seinem Buch, wenn ich jemandem Champagnergläser mit der Post schicken möchte als Geschenk, ja, werde ich das irrsinnig gut verpacken, ja, werfe das Backel drauf, schreibe Vorsicht, Glas, zerbrechlich, fragil, nicht stürzen, damit der Postler, ne, da anfängt es immer noch anders zu schupfen und da kann man noch Schärme auf. Ich werde alles tun, um das zu schützen, weil es fragil ist. Wenn ich einen besonders schönen Stein gefunden habe, irgendwo am Berg, einen schönen Stein im Fluss, und möchte jemandem schenken, der Steine sammelt, das boge ich einfach rein, ja, da brauche ich nichts draufschreiben. Das ist, ah, der ist robust, der ist stabil, ja. Und Antifragil würde bedeuten, dass du ein Paket verschickst, wo du draufschreibst, bitte stürzen, bitte schütteln, bitte Taune hauen, ja, es wird dadurch besser. Also Antifragil heißt, sind Dinge, Systeme, die unter Druck besser werden, als sie vorher waren. Und das ist Leben. Ein lebender Organismus ist das. Und eine Gesellschaft ist das auch. Das heißt, unter Druck wird das Ding besser. Und dem wollen wir uns aber nicht aussetzen. In der Situation. Wir wollen draufschreiben, Vorsicht, nicht stürzen, gefährlich. Und so das Gefühl von Sicherheit zu haben, ich habe es eh draufgeschrieben, ich habe eh Abstand gehalten. Aber das ist, glaube ich, das Thema, was wir auch schon in einem Interview oder in einem Corona-Gespräch gehabt haben, so dieses mit der Endlichkeit konfrontieren und einfach sozusagen, was ich meine, dass man einfach einsagen muss, mehr oder weniger, das Leben ist endlich. Aber zu begreifen, wenn ich etwas belaste, was ein lebendes System ist, dann wird es durch diese Belastung besser. Frage an Bodybuilder. Wie wachsen Muskeln? Indem ich sie überbelaste. Während ich trainiere, wächst da gar nichts. Nur, wenn ich mich dann niederlege, in der Nacht, weiß der Muskel, Alter, der Wibers von mir ist gar nicht. Ich muss wachsen. Sonst würde ich das nicht machen. Wenn ich mir einen Haxen briche und kriege einen Gips sechs Wochen und der Gips kommt runter, dann kennst du dein Bein nicht mehr. Weil das System sagt, das ist eh geschützt, das Ding bewegt sich nicht mehr, das brauche ich nicht mehr. Das wird abgebaut. Das ist ein lebendiges System. Und das ist ja das, was mich so fast fassungslos macht in der ganzen Diskussion, dass die Mathematiker, die Modellierer, die, weiß nicht, was für Leute sind, die immer mit irgendwelchen Zahlen daherkommen und so tun, wie wenn etwas Lebendiges, sprich ein Mensch oder viele Menschen auf einem Haufen, etwas Berechenbares sind. Wie wenn das Virus bei jedem das Gleiche macht. Also blöder geht es eigentlich für mich gar nimmer, als das, was da jetzt passiert. Und alle plappern es nach. Und beide Seiten werfen sich aber gegenseitig diese Zahlen an den Kopf, aber das haben wir eh schon geredet. Also darum, wichtig wäre es jetzt, Entscheidungen zu treffen und Entscheidungen so zu treffen, dass es möglichst nahe an dem dran ist, was wirklich ist. Jetzt, was ist meine Ausgangsposition, in was für einer Situation bin ich. Wirklich? Und wie schätze ich die Zukunft? Ich muss nur meinen Standort einmal wirklich sagen, das ist mein Standort. Also jeder hätte die Möglichkeit gehabt, spätestens so im April, wo der Lockdown war, sich die Frage zu stellen, okay, was ist jetzt mein Standort? Mein Standort ist, ich lebe jetzt in einem Land, wo ein Virus umgeht. Der, ich weiß noch nicht, wie arger er ist, aber offenbar manche Menschen mehr trifft, manche weniger. Das heißt, es gibt Risikogruppen. Was unterscheidet eine Risikogruppe von mir? Okay, das Alter, aber auch der Gesundheitszustand. Jeder hätte die Möglichkeit gehabt, jetzt in diesen, sagen wir, zehn Monaten, alles zu tun, um das Immunsystem zu stärken. Ist man da heute schon so froh, dass sozusagen mir gesagt wird, was zum tun ist, dass man sich das so angewendet hat, dass man quasi diese wichtigen Selbsteinschätzungen und Entscheidungen heute nicht mehr trifft, weil eh die Medien oder irgendwer dann sozusagen dir sagt, wie man es einzuschätzen hat, mehr oder weniger. Also bei manchen ist das so. Ich bin auch sicher, dass die Maßnahmenbefürworter, die vielleicht noch strengere Maßnahmen wollen, etc., etc., dass die zu einer Gruppe dazugehören, die genau das brauchen, die total dankbar sind, dass einem am Freitag wer sagt, was sie am Montag machen dürfen. Dadurch hat das Lebensstruktur. Und dann gibt es eben Menschen, die schon in der Schule immer ein bisschen aufmüpfig waren, die dagegen geredet haben. Dazu zähle ich mich auch. Also ich habe immer mit Autoritäten in einer gewissen Art und Weise Probleme gehabt, das haben wir ja schon mal besprochen, außer dass diese Autorität auf Kompetenz beruht, dann ist es ganz was anderes. Da lasse ich mir alles sagen von jemandem, der nicht kompetent ist. Aber wenn einer nur Kraft seines Amtes Autorität hat über mich, wie zum Beispiel ein Lehrer, dann habe ich immer das Gefühl gehabt, ich muss da dagegen halten, irgendwie. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ist das genetisch? Ist auch vollkommen wurscht. Das ist halt bei mir so. Also das muss man schon unterscheiden. Also dass es da nicht nur jetzt um was Rationales geht, sondern etwas, was in dir drinnen ist, sondern auf jeden Fall geht es um was Emotionales. Das ist das, was ich vorher gemeint habe, da muss man dann vorsichtig sein, dass man den Blick nicht verliert oder neutral bleibt, dass man es nicht emotional trainiert. Genau, was ist rational, was ist emotional. Und da muss ich sagen, der Herr Anschober, hat vor kurzem, ich habe das nur gelesen, in dem ORF-Telet, wie heißt das, TV-TEC oder irgendwas, habe ich geschaut, und da hat der Anschober gesagt, was das Impfen betrifft, also Impfpflicht sieht er mir überhaupt nicht, ja, er würde ihn auch daran bitten, dass die Menschen ihre Entscheidung, ob sie sich impfen oder nicht, rational treffen und nicht emotional. Und da hat er vollkommen recht, nur er mahnt was anderes. Er mahnt genau das Gegenteil. glaube ich, er würde sich viele impfen, aber das ist nicht rational, das ist emotional. Weil jetzt sich impfen zu lassen, kommt ja aus dieser Angst. Das ist emotional, das ist nicht rational. Also ich weiß nicht, wie du das halten würdest, wahrscheinlich jetzt mit dem Impfen oder so, ich weiß, wie ich das halte. Boah, das ist so schwierig. Es ist so schwierig. diese Entscheidung, da sind wir jetzt bei einer wichtigen Entscheidung, und die kommt irgendwann. Es ist nicht so, jetzt sind sie eh einmal die Risikogrippen impfen, und dann schauen wir mal vielleicht, Nein, das wird irgendwann einmal kommen. Es wird nicht aus Zwang kommen, das glaube ich nicht. Das trauen sie sich vielleicht nicht, aber wer weiß. Naja, aber es wird mit, okay, wenn es geimpft ist, darfst fliegen, wenn es geimpft ist, darfst ins Theater gehen. Wie siehst du das? Das ist ja quasi um Träumsen herum. So, es wird so kommen. Aber das ist ja mehr oder weniger, wenn man dann gewisse Sachen nicht mehr darf, schreien ja jetzt eh viele quasi, dass das eher versteckte Impfpflicht ist. das kann man so sagen. Aber rational, und ich glaube nicht, dass ich jetzt mit der Einschätzung vollschläge, wenn jemand das Gefühl hat, er muss sich impfen, um sich zu schützen, weil impfen bedeutet ja, sie sagen ja, fast 95 oder noch mehr Prozent, funktioniert diese Impfung. Das heißt, dass du dann nicht schwer krank wirst. Dann sollen alle, die Angst davor haben, krank zu werden, sich impfen. Dazu ist nicht mehr zu sagen. Nur die, die keine Angst davor haben, brauchen sie nicht impfen. Bei wem sollen sie denn ausstecken? Außer die, die keine Angst davor haben, dass sie krank werden, die das als einen Prozess sehen. Und die, die Angst haben, die können eh nicht krank werden, wenn die Impfung das kann, was sie uns versprechen. Also es gibt keinen Grund, dass sich die Menschen, die keine Angst vor der Krankheit haben, weil sie sich stark genug fühlen, weil sie nichts dagegen haben, einmal drei Wochen weit vierwand Husten zu haben und dann gestärkt rauszugehen, nämlich selbst geschützt, ohne Nebenwirkungen, dass sie das tun. Und sie erzählen uns eine ganz andere Geschichte, dass es ganz wichtig ist, um die Gefährtengruppen zu schützen, dass ganz viele geimpft sind. Und mit Verlaub, das ist ein Blödsinn. Also das ist wirklich ein Blödsinn. Weil entweder sie schützt oder sie schützt nicht die Impfung. Also wenn ich nicht nass werden will, spanne ich einen Regenschirm auf, dann werde ich nicht nass. Wenn wir nass werden im Mai, wenn es regnet, sogar nett ist, dass ich mir mit einem nassen Gewand rein, weil ich keinen Schirm nehme. Es wird nur der, der den Schirm hat, der ja schützt den Schirm, nicht mehr nass, wenn ich pudelnackert durch den Regen renne. Das hat keinen Einfluss auf den. Also das lasse ich mir wirklich nicht reindrücken, weil das ist ein kompletter Blödsinn. Also bei dir wird dann den, würdest du dich impfen, um dich zu schützen vor der Krankheit? Bei mir zieht wenn, dann eher die Angstgeschichte. Dass man es mehr oder weniger aus der Emotion heraus, wie wir vorhin gesagt haben. Angst vor der Krankheit? Ja, sehr anfällig. Okay, gut. Also wenn, dann wäre es für mich eine emotionale Entscheidung. Ja. Da bin ich, mit dem bin ich, ich meine, das ist ja jetzt gerade ein großes Geheimnis. Ja, ist ein Problem. Da gibt es nichts zu verurteilen, gar nichts vollkommen, das ist deine vollkommen, du schätzt dein Risiko ab. Also wenn ich jetzt habe, das ist jetzt wirklich Risikoabschätzung. Wenn du jetzt weißt, durch diesen Virus, irgendein Virus, das ist furcht was, da pumst du dich schaste, das Virus. Dass 50% der Bevölkerung wirklich schwer, schwer krank werden. Und von den 50% 80% sterben. Und ich ein Risiko habe von, sagen wir, 2, 3%, dass ich neben mir gehe und habe gesagt, die Impfung, da habe ich mir lege gegangen, dann lasse ich mich impfen. Das ist vollkommen logisch. Wenn ich aber habe 1% Risiko, dass ich krank werde, wenn ich mich ganz normal bewege unter anderem, durch den Virus, und 1% Chance, dass ich Nebenwirkungen von der Impfung habe, die mich krank machen, ist das 50-50. Da ist es eigentlich, es ist wurscht. Was ist mir lieber, eine Krankheit und Virus oder eine Krankheit und die Impfung? Aber eh nur 1% Chance. Da brauche ich gar nicht drüber nachdenken, ob ich mich impfe. Weil bei der Impfung habe ich es 100%ig, wenn ich mich impfe. Also 100%ig habe ich es nicht. Aber ich bin 100%ig geimpft. Bei Umeinandergegeben muss ich nicht sein, dass ich Leuten begegne. Aber da sind wir wieder bei dem, die mit all diesen Zahlen, die sie kommen, tun sie so, wie wenn sie alle Menschen gleich verhalten. Sie berechnen überhaupt nicht das Verhalten von Menschen. Das ist ja das Problem an der Ökonomie, das sie auch Wissenschaft nennt. Die behaupten, dass sie das Verhalten von Menschen vorberechnen können, wie die Entscheidungen treffen werden in Zukunft. Und das kann eigentlich niemand. und das ist das so. Da wird man dann zu einem Propheten, der irgendwas vorhersagt, was aber nicht stimmt. Klar, Zahlen geben uns immer das Gefühl von Objektivität, was aber überhaupt nicht stimmt. Weil gerade Zahlen sind irgendwas. Der eine und die eine Studie und der andere. Also bei mir ist es definitiv so, dass ich keinen Grund sehe, mich zu impfen. Also ich weiß dann warum. Und wenn es dann heißt, ja Thüringer, wenn sie sich nicht impfen, dann dürfen sie nicht mehr auf der Bühne spielen. Dann spiele ich nicht auf der Bühne. Und wenn sie nicht mehr filmen, dann werde ich auch nicht mehr filmen. Aber da ist mir meine Gesundheit, dieses 1% vielleicht Risiko, hat dann einen höheren Wert, als dass ich weiter Schauspieler sein darf. Da kommt mir gerade in den Kopf dazu ein, das Schlimme dabei ist, wenn man so eine Entscheidung trifft, dass man auch sagt, okay, dann spiele ich halt nicht mehr auf der Bühne. Das ist halt dann leider Gottes wirklich abhängig davon, in welcher wirtschaftlichen Situation man sich befindet. Das ist ja der Punkt. Und das ist ja mit dem... Das kann ich jetzt aus... Das ist ja wieder nur vom Standort aus betrachtet. Also meine Einschätzung der Zukunft ist jetzt einmal besser wird es nicht mehr. so schnell. Das heißt, alles, was angerichtet wird, an Schaden. In unserer Branche. Selbst wenn ich die Theater aufspeichern, heißt das nicht, dass schwuppidiwupp die Leute wieder ganz einmal kommen werden sofort. Das, glaube ich, zeichnet sich schon eindeutigst ab. Das wird nicht passieren. Es wird sich so viel geändert haben beim Verhalten der Menschen. Die Lokale müssen alle gleich wieder voll sein, etc. Also es werden so viele Sachen jetzt auf uns zukommen, die nicht direkt etwas mit der Krankheit zu tun haben, sondern einfach Folgen der Maßnahmen sind, die unser aller Leben massiv beeinflussen. Das hat nicht nur was mit Österreich zu tun. Das hat auf internationaler Ebene sicher was zu tun. Keiner weiß, wie es zugeht. Also ich glaube, dass es einen großen Vertrauensverlust gibt. schon seit eh geraumer Zeit. Also wenig Vertrauen zum Geldsystem, wenig Vertrauen überhaupt zur Wirtschaft, wenig Vertrauen zu den Medien, wo sie uns berichten. Es gibt überall Vertrauensverlust. Und irgendwann einmal kann es dann sein, dass dieser Vertrauensverlust dazu führt, dass die Menschen etwas anderes wollen. Etwas, zu dem sie wieder Vertrauen haben. Das kann ganz was Grausliches sein. Ich glaube nicht, dass es dann was Gutes sein wird, weil noch nichts Gutes am Horizont zu sehen ist für mich. Also meine Einschätzung dazu ist jetzt nur eine persönliche Einschätzung bei meinem Thüringer. Es gibt zwei Möglichkeiten, wo die Reise auf längere Sicht hingeht. China 2.0. Sicherheit durch Vermeidung sozusagen. Oder so etwas, ich nenne es jetzt einmal vorsichtig, Anarchie. wo ganz viele Leute mitspielen wollen, um Entscheidungen für andere zu treffen. Letztendlich. Also ein bisschen ein Chaos. Also das ist möglich. Aber dazwischen... Es gibt keine guten Aussichten aus deiner Sicht. Nein, da muss ich jetzt leider sagen, ich habe keine... Es gibt ja Leute, ich freue mich zum Beispiel, die sagen, hey, wir sehen, jetzt kommt das große Erwachen, es werden sich so viele Dinge ändern, es wird alles besser werden, wir werden mit der Umwelt viel besser umgehen, wir werden viel gerechter entscheiden, auch für andere Menschen, etc., etc. Ich sehe das nicht, ich sehe das nicht, dass das da ist. Das ist zwar ein Wunsch, den viele haben, aber das ist noch nicht da. was schon da ist, ist China 2.0, weil da gibt es eine Blaupause und das funktioniert dort. Und die Tendenzen sind, dass es dort hingeht, das heißt, immer mehr über die Woche, das ist ja das. Sie können sich freitesten, freitesten, frei impfen, eine App haben, dann sind sie auch frei, wenn wir immer wissen, wo sie sind, dann dürfen sie alles machen. Das sind so die Tendenzen, in denen es hingeht. Und am Ende des Tages steht diese von mir nicht wirklich befürwortete Idee des Transhumanismus, dass irgendwann einmal die Verknüpfung von Mensch und Maschine das Nächste sein wird. Das ist ja die nächste große Verheißung, um die Welt besser zu machen, um die Natur zu schützen, um uns zu schützen, um sie gerechter zu machen, um eine Umverteilung stattfinden zu lassen. Ist das der Weg dorthin? Den haben wir wieder ein paar entwickelt und jetzt ist die Frage, ob es so viele Leute an Bord kriegen, dass die alle mitmachen wollen bei dem. Freitesten, wie ich das Wort zum ersten Mal gehört habe, das hat mit mir ganz was Arges ausgelöst. Das ist ein Wahnsinn. Das war für mich nach einer halben Stunde schon das Unwort des Jahres. Das hat mich so direkt emotional angesprochen, also nicht positiv. Das finde ich irgendwie... Und das alles beruht aber eigentlich auf einer Geschichte, die erzählt wird, die wir aber auch über uns selbst, jeder über sich selbst erzählt. es gibt ja nur... Ich glaube, auch wenn das jetzt blöd ist, das nur auf zwei Dinge zu reduzieren, aber im Groben stimmt es. Es gibt zwei Positionen. Die Angst vor Gesundheitsverlust, also sprich Krankheit, und die Angst vor Freiheitsverlust. Die eine Fraktion hat Angst, die Gesundheit zu verlieren oder Gesundheit von Menschen zu gefährden, es gibt es auch einen Gesundheitsverlust. Und die andere Partie ist, die, die sagt, Freiheitsverlust, Grundrechte werden eingeschränkt, etc., etc., etc. Und bei beiden ist dieses Gesundheitsverlust tritt auch bei Menschen ein, die so viel für ihre Gesundheit tun könnten, selbst. Die bis jetzt sich nicht um ihre körperliche Gesundheit in irgendeiner Art und Weise nur irgendwie bemüht haben, sondern zum Arzt gegangen sind, geben sie einem Buhl, weil das Symptom weg ist, die null Zustand zur Gesundheit haben und auf der anderen Seite die, die sagen, wir müssen für die Freiheit kämpfen, die Freiheit bewahren, das sind die, die alle einen Google-Account haben und schreien jetzt für die Freiheit. In dem Moment, wo ich WhatsApp habe, in dem Moment, wo ich das Smartphone habe, ist aus mit meiner persönlichen Freiheit. Ich bin überwacht, ich mache das freiwillig. Wenn ich einen YouTube-Kanal habe und dort meinen ist Schluss mit Freiheit, weil ich, wenn ich als Herr Thüringer, der öffentliche Mensch, sage, nein, meine Freiheitsrechte, das Private und so, ich sage alles, was ich mir denke, da brauche ich, weil das brauche ich gar nicht diskutieren. Ich stelle das, glaube ich, sogar im Telefonbuch oder was. Sind das die Sachen, die man dann aber auch einfach nicht hören will? Nein, die man nicht sieht. Nicht nicht hören will, sondern man sieht. Man sieht das ja gar nicht. dass man nicht gesund lebt oder so. Ich meine, irgendwie ganz unterbewusst weiß man das ja schon. Ob man zu kundsam vielleicht, aber das tut man dann gleich wieder weg. Ja, aber das will man irgendwie. Aber jetzt auf einmal muss man sich damit auseinandersetzen. Jetzt müsste man sich eigentlich mit Gesundheit oder Krankheit auseinandersetzen als Thema. Und kommt aber darauf, dass man eigentlich das Ganze behert. Und müsste eigentlich dran kommen, was habe ich bis jetzt dazu beigetragen selber? Oder was habe ich bis jetzt zu meiner Freiheit beigetragen? Wobei, bei der Freiheit muss man glaube ich sehr unterscheiden, was ist für jemanden, das Wort Freiheit, ist ja ein sehr strapazierter Begriff. Ja, ist ja ein Kampfbegriff eigentlich. Wo ist meine ich damit? Ist Freiheit in dem Sinn, dass ich tun und lassen kann, was ich will und es geht keinem was an? Oder ist Freiheit, dass ich, dass Freiheit, so etwas ist wie eine Pflicht meinerseits, meine Pflicht, verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen? Ist Freiheit eine Pflicht oder ist Freiheit etwas, ich kann eh alles tun? Das ist ein großer Unterschied. Also ich weiß, umso höher für mich der Wert von Freiheit ist, umso mehr muss ich dafür tun. Umso mehr bin ich in der Pflicht, Dinge zu machen. Also wenn ich frei sein möchte vom russischen Gas, das meine Wohnung heizt, wäre ich einen Holzofen haben müssen und Holz hacken. Dann habe ich die Pflicht, um nicht zu erfrieren, Holz herbeizuschaffen. Aber ich bin frei vom russischen Gas. Das heißt auch nicht, dass ich frei von irgendwelchen Verantwortung bin. Aber das ist dann schon einen Schritt weiter, weil da muss man dann wirklich aktiv werden, ganz bewusst. Das ist natürlich ein Unterschied. Wie mir jetzt gerade bewusst war, lustigerweise steckt ja in diesem komischen Wort freitesten auch das Wort frei entrichten. Frei, genau, du bist dann frei. Das ist eigentlich... Arbeit macht auch irgendwann mal frei, haben wir wo gelesen. Also man muss sehr, sehr mit Begriffen aufpassen, die jetzt so herumschweren. Und ja, jetzt muss sich jeder Mensch irgendwie überlegen, da blinkt jetzt bei der Kamera, wo es rot so blinkt, ist das ein schlechtes Zeichen? Das ist das Zeichen dafür, dass... Das Bahnpolizei wahrscheinlich... Weiß ich nicht, Franz, schaust du mal. Ja, da sind wir wieder. Also das ist unglaublich. Die Kamera wollte uns eigentlich durch einen Akku sagen, der... Dass er eigentlich eh schon genug ist, was ich auch verstehe. Also da gebe ich ihr auch teilweise natürlich recht. Manchmal trifft quasi die Technik für uns einen Insider. Ja, ja, das ist eh gut. Das ist eh gut, dass andere Dinge... Nur man muss es auch akzeptieren, dass man nicht immer alles beherrschen kann. Das ist diese menschliche Hybris. Darum weiß man jetzt wie, dass wir den Akku wechseln, dass wir das jetzt noch zu Ende bringen. Diese menschliche Hybris, dass wir glauben, wir können wirklich alles bestimmen, was mit uns passiert, was mit der Umwelt passiert, das ist so unglaublich arrogant und präpotent. Ja, ich weiß nicht, was ist denn mit uns los? Ja, hat es was mit der Tendenz tun, wo es hingesollt, dass wir wirklich uns selber zu Göttern machen, unsterblich sein wollen, die Krankheit besiegen wollen, alles. Ja, aber immer auf Kosten anderer. Das ist ja das, was wir nicht sehen. Ja, wir wollen ein feines Leben haben, ja, und es geht auf Kosten von anderen Lebewesen, es geht auf Kosten von der Natur an sich. Ja, es hat alles seinen Preis und wir tun so und glauben natürlich, dass wir durch technische Entwicklungen manche Sachen so gestalten können, dass der Preis ein geringerer wird. Ja, das ist auch in vielen Bereichen gelungen. Klar ist es super, dass durch die Erfindung des Automobils, die Nutztierhaltung, also die Pferde, die Lastentiere, entlastet wurden und entlassen wurden. wenn es jetzt bei der Fleischproduktion, bei der Massentierhaltung auch noch gelingt, ja, weil wir eben aus der Retorte Kunstfleisch herstellen können, wenn das wer gerne hat, ist das alles super. Aber es wird trotzdem auf einer anderen Seite seinen Preis haben. Genauso wie das Automobil, was die armen Tiere entlassen hat, aus ihrer Sklaverei. In weiterer Folge, jetzt wissen wir es 100 Jahre später, woanders einen Schaden angerichtet hat. Ja, also es hat alles irgendwie seinen Preis. Und wenn ich jetzt und darum wollte, dass wir das noch einmal einschalten, ja, meine Beurteilung der Gesamtsituation, nicht auf der persönlichen Ebene, sondern auf dem, was da jetzt so passiert, ist eigentlich, es steht vieles am Kopf. Ich kann es nicht anders benennen, wir haben in ganz vielen Bereichen eine komplette Umkehrung in sehr, sehr kurzer Zeit. Es ist jetzt so, dass die, die sich die Linken nennen, mit dem Rechts-Links-Scheiß möchte ich ja gar nichts tun haben, aber die, die sagen, überzeugte Linke, setzen sich jetzt in der Öffentlichkeit ein für einen totalitären Staat. Das ist vollkommen umgekehrt. Und das einzige Argument, was sie haben, gegen andere Meinungen sind, sie sind rechts, den anderen zu sagen. Und die Rechten setzen sich auch für Freiheit vom Staat. Das ist alles, das steht alles am Kopf. Genauso, es steht am Kopf und der Herr Anschober sagt, ich bitte Sie bei der Impfentscheidung rational und nicht emotional zu handeln. Der sagt was und meint aber genau das Umgekehrte. Weil alles, was jetzt passiert, ist emotional. Da ist nichts mehr rational. Es steht total am Kopf, dass wir hergehen und die Jungen opfern, um die Alten zu retten. Das kann man als solidarisch bezeichnen. Das ist absolut unsolidarisch, weil wir verkaufen jetzt die Zukunft in Wirklichkeit. Woran liegt es? Liegt es daran, dass Pensionisten eine sicherere Wählergruppe sind als junge Leute? Oder woran liegt es? Es macht überhaupt keinen Sinn, in dem, was Evolution eigentlich ist. Und wenn wir schauen, in der Natur, was ist gefährdet? Gefährdet sind die ganz Jungen, die werden gefressen, nicht nur bei Tieren, auch bei Pflanzen zum Beispiel, weil die besser schmecken. Und die Alten. Das ist das, was stirbt. Und dazwischen ist das, wo es eigentlich das, was ist, jetzt gerade ausmacht. Und das meint niemand böse. Das Reh, was durch den Wald geht, das Reh an sich ist ein Nahrungsselektierter, das heißt, das holt sich nur die feinen Leckerbissen. Darum ist das Rehfleisch das Beste und Feinste, weil das sehr auf die Ernährung schaut. Und was ein Reh so schmeckt, sind von diesen Tannen und Fichten oben das Wipferl. Am Haupttrieb. Dieses hellgrüne Wipferl, das geht... Dann gehen wir zum Nächsten. Darum, der Forstwirt hasst die Rehe. Weil das nicht ein Baum zuhause ist, sondern immer von jedem Wipferl. Und wenn dem Baum oben das Wipferl fällt, das wird nichts mehr. Und der Haupttrieb, das stirbt das Ding. Das Rehmann ist aber nicht böse, das ist die Natur. Genauso, wenn Raubtiere unterwegs sind, die holen sich nicht die unerfahrenen, kleinen Viecher und die halt noch Batschert sind. Die kleinen Eichhörnchen, die jungen Eichhörnchen werden von den Katzen gefressen. Oder dann die, die nicht mehr weg können, das sind die Alten. Aber die sterben meistens nicht von Raubtiere unbedingt, sondern einfach, das sind dann kleine Tiere, Mikroorganismen, die die irgendwann einmal wegrammen. Aber das ist das Leben. Und bei uns steht das alles total am Kopf. Und wir haben jetzt auf der ökonomischen Ebene ja eine Gesellschaft geschaffen und das ist ja das, wo wir auch nicht wissen, wie wir rauskommen. Zugleich wollen wir das Leben sozusagen verlängern, also die Anwesenheit auf dem Planeten für den Einzelnen verlängern durch medizinische Maßnahmen. Das kostet Geld. Das muss uns auch klar sein. Das heißt, wir haben jetzt, wenn du ein ganz normales Leben von jemandem, der in Österreich geboren wurde, den nach dem Krieg anschaust, hast du eine Phase in deinem Leben, du wirst du vom Staat, sprich von den anderen, versorgt. Kindergarten, Schule, Bildung, sind lauter Institutionen, die von jemand anderem finanziert werden müssen, damit das passiert. Das ist auch immer länger worden. Also, wenn jemand zwölf, dreizehn Jahre in der Schule war und dann ein Lehrer angefangen hat, hat er dann angefangen, durch das Geld, was verdient, seinen Beitrag zu leisten für die Nächsten, die kommen. Jetzt muss man meine Tätigkeit, für die man normal kein Akademiker sein müssen, sondern nur ein bisschen klar denken, muss man jetzt schon irgendwas vorweisen, irgendein Zertifikat, ein Bachelor oder irgendwas. Das heißt, die Phase wird immer länger. Und dann hast du die Phase, wo du eine hakeln musst, um diese Jungen, die jetzt kommen, zu finanzieren und zugleich die Alten, die aus diesem Berufsleben ausgestiegen sind. Jetzt werden die auch immer älter. Das heißt, du hast eine ganz kurze Phase, wo du so viel Leistung erbringen musst, damit das System stabil bleibt. Darum sind es ja alle so fertig in diesen Arbeitsprozessen, weil es vollkommen, die wissen das ja nicht, warum so viel hakeln müssen. Die kapieren ja nicht, dass die Frau jetzt auch Arbeiten gehen muss, sage ich jetzt, damit sie sich das zweite Auto leisten können, damit man die Kinder separat zu unterschiedlichen Zeiten in den Kindergarten und in die Schule bringen kann. Das heißt, die hakelt eigentlich nur, um diesen Mehraufwand zu finanzieren und die Kinder abzugeben. Und so haben wir da einfach ein Problem, das nicht weniger wird, außer wir würden alle früher sterben oder wir würden die Kinder viel früher entlassen entlassen aus der Schule und sie einen Beitrag leisten lassen zur Produktivität sozusagen. Also da sind so viele Fragen offen, die überhaupt nichts jetzt mit Corona zu tun haben, aber diese Fragen werden irgendwann beantwortet werden, entweder durch uns, durch Lösungen, oder sie beantworten sich von selbst, weil gewisse Dinge nicht mehr so sind, wie wir sie uns vorgestellt haben. Darum ist jetzt eine Einschätzung der Zukunft meinerseits nicht wirklich positiv, ohne jetzt aber zu meinen, dass alles ein Arsch wird. Nein, es wird nur jetzt, es wird, es wird dieser Schmerzprozess kommen müssen, damit etwas geht. Das heißt, wenn ich jetzt Dehnen tue, dann ist es jetzt sehr schmerzhaft. Ich habe aber die Hoffnung, dass ich irgendwann einmal um einiges elastischer bin und dann vielleicht in weiterer Folge später mich vor Schmerzen bewahre. Vielleicht brauche ich dann kein künstliches Hüftgelenk irgendwann einmal, was heute so vollkommen normal ist. Statt dass man die Hüfte dehnen, die Muskeln dehnen, damit das alles am richtigen Platz ist, ist es eh wurscht. Mit 60 gibt es ein Hüftgelenk, das ist auch ein Angelegenheit von zwei Tagen, ein paar verdienen viel. Und in 15 Jahren kann es wieder tauschen, aber dann ist es eh schon wurscht, weil dann liegst du eh noch mehr irgendwo herum in einem alten Heim, dann ist es auch schon wurscht. Und dieser Zustand zum Leben an sich, den kann ich eigentlich in vielen Bereichen nicht wirklich teilen. Darum bin ich das, was ich bin, darum sage ich, dass ich vielleicht kein Sohn, ich bin auch ein Normopath bei vielen Sachen, aber bei manchen halt wahrscheinlich nicht. Da musst du auch den Preis dafür zahlen. Den Preis für das, was ich bin, wie ich bin, den habe ich gezahlt. Er hat mir aber nichts gemacht, das war es mir allemal wert. Wo ja eigentlich fast deine eigene Entscheidung bewusst damals gehört ist. Ja, wobei bewusst, das ist mit mir auch passiert irgendwie. nein, will ich nicht. Ja, das ist, ja. Die großen Fragen des Lebens, Roland. Irgend vor dem vierten Teil, jetzt vor ein paar Wochen die Frage gestellt, gibt es überhaupt noch etwas zu besprechen, weil irgendwann hat man ja auch schon das Gefühl gehabt, das dreht sich alles im Kreis, aber es ist immer wieder faszinierend, dass die Zeit immer wieder neue Themen mit sich bringt und die man sich ganz intensiv unterhalten kann. Wobei, jetzt haben wir wirklich an einem Punkt vom Corona-Duett. Ja, wir nennen uns ja jetzt Corona-Duett. Nein, jetzt haben wir wirklich an einem Punkt, wo ich sage, einen wirklichen Sinn macht das jetzt nicht mehr. Das hat einen Unterhaltungswert. Uns beiden tut es gut, wenn man ein bisschen was loswerden kann. Die, die jetzt wahrscheinlich zuhören, fühlen sich bestätigt. Nicht bei allen, aber bei vielen Dingen. Und die, die das eigentlich hören müssen, dann hören sich das nicht mehr an. Oder haben sie es vielleicht noch nie angehört? Am Anfang noch, wie man gesagt hat, hey, ihr müsst aufpassen, das eine ist der Virus, das andere ist das, was im Kopf passiert, der Angstvirus, vor dem sollten wir sich auch schützen. Da hat das vielleicht noch ein bisschen Sinn gehabt, weil da hat einfach ihm dazugeschaut. Aber jetzt ist das so, jetzt ist es eigentlich, ja, was wir nicht heißen, dass wir uns nicht wieder einmal treffen können. Absolut. Wir waren es ja lieber live auf der Bühne und miteinander musizieren. Das haben wir ja im Plan gehabt, muss man ja auch sagen, haben wir eh schon angedeutet gehabt. Aber selbst das hat sich jetzt um Minimum eineinhalb Jahre verzögert leider. Du hast ja, darf man das verraten, selber eine Premiere im Kopf, also geplant gehabt. im 21 Jahr im Herbst hätte ich Primär gehabt mit den Wutbürgern. Da haben wir eh, das war, ich habe als Live-Lock gekommen, da sind Wutbürger, da haben wir schon ein paar geschrieben, was ist denn das Wutbürger, was ist das? Du hast es gut gemacht. Das nächste Stück wird Wutbürger. Ich habe ja schon fast das Plakat fertig, ich habe schon das Merchandising, also so Pickerl, und das gibt es ja alles schon, nur Programme gibt es wenn wir das jetzt um ein Jahr verschoben haben, weil ich wollte nicht 21, das habe ich aber schon vor ein paar Monaten entschieden gehabt, dass ich das nicht mache primär. Das ist schon länger. Und jetzt glaube ich, dass es richtig war. Mittlerweile weiß man ja nicht einmal noch so richtig, ob im Sommer, oder sagen wir im Herbst 2021, also ich traue mich noch keine Prognosen machen, ob man da fix auftreten kann, ob alles wieder so ist. Jetzt hat es flexibel sein. Ja, schon lange. Jetzt hat es nämlich wirklich sehr flexibel sein, wenn man kann, wenn man nicht flexibel sein kann, dann hat man sich wahrscheinlich in eine Lebenssituation gebracht, die bei Sonnenschein super ist, aber bei Schlechtwetter eine große, wie sagt man so, große Herausforderung darstellt. Früher hat man gesagt, schießen ist, aber jetzt sind es einfach große Herausforderungen. Freuen Sie sich auf die großen Herausforderungen, die wir alle haben. Schauen wir. Schön. Wunderbar. Schöner kann man Gespräche nicht aufhören. Freuen Sie sich auf die Herausforderung. Roland, vielen Dank, dass du wieder Zeit genommen hast. Bitte. Meine Damen und Herren, das war es wieder, das Corona-Duett. Wir waren wieder aktiv. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Wir sind gespannt. Die ist wurscht. Ich bin gespannt auf die Kommentare. Ich bin immer sehr neugierig, was so zurückkommt. Ich freue mich, dass wir wieder ein sehr offenes Gespräch führen durften. Mir tut das gut. Danke, Roland. Bitte. Machen Sie es gut zu Hause und bleiben Sie. Schöne Weihnachten. Heute ist ja eigentlich das Christkind, schön. Weihnachten ein braves Christkind, wobei, wenn Sie bis jetzt nicht brav waren, dann sind diese Chancen schlecht. Jetzt ist es 19 Uhr, sage ich jetzt einmal, geschätzt. Und stellen Sie sich die Frage, glauben Sie nur das, was Sie sehen, oder sehen Sie nur das, was Sie glauben? Und hören Sie sich den Podcast an. Und jetzt ist es aber Ruhe. Machen Sie es gut. Ciao. Vielen Dank.